Wie heißt du denn? Woher kommst du? Ich komme aus Salzburg. Und wie ist dein Name? Paulina. Und wie alt bist du? Ich bin acht Jahre alt. Jawoll, Paulina! Willst du, dass jemand auf die Bühne kommt? Ja, Valentina, komm her! Oh, da bist du gerade heult. Wie alt bist du denn, Valentino? Sechseinhalb. Sechseinhalb, ey. Es tut mir leid, dass ich mich nicht umgedreht habe. Ja, würde mir auch an deiner Stelle leid. Wirklich, wirklich, weil das hast du unfassbar gut gemacht. Also willkommen bei The Voice Kids. Dankeschön.